Nicht reden, gelb. Hallo! Das ist der 1-ver-1 der gleiche Start wie gegen Freiburg noch eine Minute eher. Aber auch hier kann man wieder gucken, ob da irgendwas war mit hohem Fuß. Sehr richtig so, sehr richtig. Oh mein Gott, der kriegt ein Rot. Oh mein Gott, der kriegt ein Rot. Das könnte was helfen jetzt, die rote Karte. Schieß ein Tor, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. 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 Schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, schieß ein Tor. Schieß ein Tor, hier ist ein Tor. Ich habe mal einen Mann mehr nur hier, James Stand. Was immer noch ein Tor, nicht mal entgegen. Ah, da hab ich nichts hoffen, dass es zurücknimmt. Ah! Ja! Zieh's doch! Ah, wieder eine zu lang, egal, Ecker! Ja, geil! Wow! Ja? Ja! Ah, ja! Eieieieieiei! Gib ihm Geld jetzt! Eieieieiei! Nicht reden, Geld! Hallo! Eieieieiei! Gibt ihm Geld jetzt! Eieieieiei! Eieieieieiei! Ja! Schöner Ball! Ja, schöner Ball! Eieieieiei! Ja! Eieieieiei! Ja, schön, aber... Ja, schöner Ball! Digga, 1 zu 3 führen die. Und spielen seit der 45. Laufzeit. Eieieieieie! Willst du mich verarschen? Junge! Auflaufen lassen! Darf hab's jetzt mit dem Bremen-Geld-Boten gegeben, Digga! Also, heute ist der erste Mal, dass wir eine Nachspielzeit von 10 Minuten sehen könnten. Ohne Witz! Und nicht mal unterteben, ne? Wir könnten wirklich 10 Minuten Nachspielzeit ziehen. Das ist euer Scheißernst, Mann! Nein! Nein! Zum Glück spielen wir heute 100 Minuten und nicht 90. Ich gå auf! Ja! 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 Kommt! Wäre wahrscheinlich je abgefuscht worden wegen Handlabor. Bemüht sind sie ja, aber es klappt halt nicht. Das ist halt, ne. Aber ey, Leverkusen. Jawoll! Ja! Jawoll! Engagiert sind sie ja, volle Kanne. Das bringt halt nur nicht. Schöner Ball. Ne, der nicht. Hoi! Schade. Wir boosten aber die Statistik vom Torschuss gerade. Und da! Scheiße! Viele sind schon weg, finde ich schade. Nicht im Angst, dass die ganze Mannschaft da hat. Finde ich sehr schade. Oh, die Stuhlkopf! 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 Untertitelung. BR 2018